In diesem Video stelle ich mich der fortgeschrittenen Master Sword Prüfung. Jedoch gibt es einen ganz kleinen Haken. Denn jeder Gegner wurde mit einem OP-Lichtbogen ausgerüstet. Ich selber darf diesen dagegen nur einmal pro Ebene benutzen. Und damit viel Spaß mit dem Video. Oh ne 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 ne. Oh mein Gott, es macht mir halt so Angst, ne. Es macht mir so Angst. Lichtbögen sind so OP. Okay, her mit dem Bogen. Ne 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 ne. Das war's, oder? Okay, wie habe ich das überlebt? Wie habe ich das überlebt? Okay, bitte stirb, bitte stirb, bitte stirb. Weg mit dir. Sehr nice, sehr nice. Vorsicht walten lassen. Oh mein Gott, als ob die mich jetzt die ganze Zeit angreifen. Ich bin nicht mehr da. Ich bin nicht mehr da, okay. Können die bitte aufhören? Warum sehen die mich? Okay, ich warte auf den Kollegen. Jeet. Ich glaube, das größte Problem wird der Wächter in der vierten Ebene. Der könnte eklig werden. Der ist easy weg. Und der ist nicht easy weg. Komm, stirb, 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 stirb. Yes, 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 yes. Ebene number one. War okay. Aber ich habe so Angst vor diesen Schüssen. Die machen mich richtig paranoid, weil die auch so schnell sind. Ich will nur die Pfeile haben. Keine Bögen. Wenn ich zu viele Bögen einsammle, habe ich nämlich keinen Platz mehr, um normale Bögen einzusammeln. Und das wäre fatal. Dann lassen wir den Spaß hier einmal. Nein! Oh mein Gott! Das Ding fliegt mir einfach zu von tausend Kilometern Entfernung. Ach, komm schon. What? Hier ist ja schon ein Bogen. Sogar ein ganz guter Bogen. Soldatenbogen. Ja, okay. So, wir haben hier Fliegenpilze. Wie ihr sehen könnt. Ganz viele Fliegenpilze. Nein, 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 nein. Bitte, triff mich nicht. Okay, weißt du was? Du darfst jetzt einmal sterben. So, das musste jetzt sein. Was machen diese blöden Pyromagie dort hinten? Komm, stirb. Fall bitte einfach in die Schlucht. Sehr nice, sehr nice. Wo ist der andere? Oh, der hat einen Federweißer gespawnt. Na, danke dafür. Nerv nicht. So, du darfst jetzt einmal sterben. Okay, und zwar so. Oh, wie die hier einfach rumgeschleudert werden. Das ist schon ein bisschen böse. Mann, stirb doch. Da ist ein Federbeißer. Den sollte ich aber, glaube ich, easy mit einer Bombe totbekommen. Komm her. Okay, war tatsächlich ziemlich entspannt. Jetzt die Frage, kriege ich die da tot? Ich hoffe, ich werde nicht instant gesehen. Nein, nein, oh mein Gott. Kann der mich bitte einfach vergessen? Yes, yes, yes. Oh mein Gott, ich habe so einen Herzinfarkt. Komm. Nein, als ob ich einfach nicht treffe. Oh, komm schon. Okay, vielleicht probiere ich es mit einem Bogen. Ich glaube, mit einem Bogen ist einfacher, actually. So, der ist schon mal tot. Schieß, schieß, schieß. Und jetzt darfst du einmal sterben. Headshot. Und zack. Das war es mit ihm. So, der muss jetzt einmal sterben. Okay, das war leider nicht der beste Schuss. Ich bin ehrlich. Oh nee, komm, stirb. Yes, 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 yes. Ich glaube, ich sollte lieber die hier links wegsnipen. Okay, Nummer eins ist tot. Komm bitte, Headshot. Das war kein Headshot. Aber sowas von kein Headshot. Das war ein Headshot. Aber überlebt einfach. Ach, stirb doch. So, der muss jetzt auch einmal sterben. Und zack. Jetzt einmal den hier besiegen. Sehr nice, sehr nice. Gib mir die Pfeile. Aber gib mir nicht den Bogen. Gib mir nicht den Bogen. Den will ich nicht. Den will ich nicht. Nein, 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 nein. Hier sind noch mehr Lichtbögen. Ach, komm schon. Ich will ihn nicht einsammeln. Hör doch auf. Ich habe gleich keinen Platz mehr für den Bogen. So, der wird weggesniped. Und den mache ich im Nahkampf. Einfach, weil ich es kann. Komm ran auf den Meter. Komm ran auf den Meter. 3, 2, 1, G. Roll him out. Jetzt wirst du weggeschleudert, mein Freund. Okay, ich mache halt gar keinen Schaden. Holy shit. Komm, stirb. Mann, ich wollte keinen Lichtbogen einsammeln. Was ist denn das jetzt hier? Okay, so. Für den Wächter müssen wir einmal diese Truhe runterbekommen. Die Frage ist halt, wie? Am besten so. Okay, bitte nicht schießen. Bitte nicht schießen. Nein, 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 nein. Bleib bitte bei mir. Komm, komm, komm. Komm schon. Nein, wo fliegt die denn hin? Das war es mit der Truhe. Ich gebe es auf. Die werde ich doch niemals bekommen, oder? Ich muss aber, sonst kriege ich die nicht tot. Das ist doch jetzt ein Witz, oder? Nein, 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 nein. Nicht auf die Kiste ziehen, okay? Die brauche ich. Komm, 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 komm. Okay, jetzt muss ich nur hoffen, dass die Kiste auch wirklich hier landet. Oh, nein. Das gibt es nicht. Das war es mit meinem Schild. Okay, aber wir haben gesagt, ich darf einen Lichtbogenschuss benutzen. Deswegen werden wir das auch tun. Oh, mein Gott. Ist das dumm. Nein. Chill. Oh, One-Shot. Dann haben wir wohl Glück gehabt, würde ich sagen. So, die Frage ist, was ist dort drin? War da nicht ein Bogen drin? Was haben wir hier? Ja, okay, ein Bogen. Die Frage ist, wie viel Platz habe ich noch? Ich habe noch zwei Bögenslots. Ja, okay, damit kann man noch was anfangen. Okay, Checkpoint. Sehr, sehr wichtig. Am besten hole ich mir die Fee, denn die Fee ist super wichtig. Ihr müsst halt bedenken, dass ich Two-Shot bin. Mit der Fee sollte ich, glaube ich, Three-Shot sein. Aber immer noch besser als nichts, I guess. Okay, nice. Wir haben einen Falkenbogen bekommen. Jetzt kommen die Dunkel-Ebenen. Jetzt ist es vorbei. Jetzt ist komplett ripped. Das wird sowas von in die Hose gehen. Sobald mich hier nur einer anvisiert, ist es vorbei. Es muss mich nur ein blöder Gegner anvisieren. Und es war's. Und das Problem ist, ich sehe die Gegner nicht mal. Ich meine so normale Chuchu-Jellies und so. Kein Problem. Von mir aus auch gerne Feuerflederbeißer. Aber bitte keine Gegner mit einem Lichtbogen. Weil ich glaube, das könnte schnell unser Ende bedeuten. Vor allem, weil wir die Gegner hier nicht mal anvisieren können. Okay, das war's schon mit der Ebene. Oh mein Gott. Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt habe ich richtig Angst. Denn ich sehe dort hinten schon den Gegner. Der muss sterben. Der muss aber sowas von sterben. Oh nein, der lebt sogar noch. Nein, bitte schieß nicht auf mich. Nee, 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 nee. Oh mein Gott. Genau davor habe ich Angst. Komm, Headshot. Und Headshot. Das sollte reichen. Okay, der ist tot. Oh, ich habe so Angst. Ich habe so Angst, Leute. Okay, ich versuche da hin zu snipen. Okay, war nicht so gut. Jetzt aber. Und, sind die tot? Nee, die haben überlebt. Oh mein Gott, das Ding ist, ich sehe die halt auch einfach kaum, ne? Oh, ich kann meine Pfeile anzünden. Da mache ich, glaube ich, mehr Schaden. Yes, ich mache mehr Schaden so. Ach komm, stirb mal. Sehr nice. So, wo ist jetzt hier noch ein Gegner, ist die Frage. Da drin war noch einer, ne? Aber wo? Wo sind denn die Gegner hier? Oh, da drüben. Nein. Pack den Bogen wieder weg. Pack den Bogen wieder weg. Stirb. Ich muss super vorsichtig sein. Okay, verstecken, verstecken, verstecken. Ich habe literally keine Ahnung, wie ich die tot bekommen soll. Ich probiere es mal einfach mit einer Bombe. Okay, war dumm. Hat nichts gebracht. Okay, ich muss sie weg snipen. Mit dem stärksten Bogen, den ich habe. Das ist sogar mein stärkster Bogen. Okay, nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen. Okay, der ist tot. Der hat sich einfach selbst getötet. Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Komm, lass mich in Ruhe. Der Pyromagus ist nicht das Problem. Aber der ist hier das Problem. Pyromagus, komm. Vor dir habe ich keine Angst. Komm, stirb, stirb, stirb. So, weg mit dir, weg mit dir. Okay, ich höre einen Wächter. Aber wie gesagt, ein Wächter ist mir lieber als Gegner mit Lichtbögen. Also damit kann ich auf jeden Fall was anfangen, muss ich mal so sagen. Kriege ich den tot? Ich könnte auch parieren, aber ich habe ein bisschen Angst, dass er mich one-hitted. Wisst ihr was? Ich pariere einfach trotzdem. Wir parieren eine Runde. Actually, macht es Sinn zu parieren, wenn ich nicht mal was sehen kann? Ja, macht es. Okay, sehr gut. Oh Gott, ich hatte so Angst gerade. Die Ebene war auch noch okay. Es war nur der Hinox, habe ich recht? Ich glaube, das ist easy. Solange es nur der Hinox ist, ist alles easy. Und ich glaube, danach kommt schon ein Checkpoint. Wenn wir Glück haben, gibt es dort wieder einen Bogen. Ich bin guter Dinge, dass wir das schaffen können. Hoppala, dein Auge leuchtet, aber schön im Dunkeln, muss ich mal so sagen. Komm schon. Headshot, Headshot. Okay, kann ich da ran? Ah, nein, das ist zu nah dran, oder? Damit bitte nicht den Bogen ein. Komm, der stirbt jetzt. Nein, der hat eine Fußfessel. Ach, das sehe ich natürlich nicht. Aber der hält natürlich sein Auge zu. Sehr nice, sehr nice. Komm, bitte stirb. Komm, hit ihn, hit ihn, hit ihn, hit ihn, hit ihn. Yes! Und hier ist ein Checkpoint, sehr nice. Mit zwei Feen. Oh, die brauche ich, die brauche ich. Vielleicht könnte es wirklich möglich sein. Also, ich bin so froh, dass es nicht die Meisterprüfung ist. Bei einer Meisterprüfung sähe es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger alles aus. Zumal man da auch gegen Leunen und so kämpfen muss. Weitlanze, okay. Komm, lass dir bitte noch irgendwo ein Bogen drin sein. Julia Gewand. Bringt mir halt wirklich gar nichts, weil ich eh One-Shot bin. Waldschwert. Ach man, als ob hier kein Bogen drin ist. Ich bin ehrlich, das ist sehr, sehr ärgerlich. Oh mein Gott, die ganzen Wächter haben Lichtbögen, aber sie können nichts damit anfangen. Wie dumm ist das bitte? Komm, jeder tötet sich jetzt einmal. Oh, die Ebene macht echt so Spaß, ne? Schieß doch. Mann, schieß mal ein bisschen später. Sehr gut. Schieß. Ah, das war zu früh. Also, Wächter profitieren halt überhaupt nicht von den Lichtbögen, muss ich mal so sagen. Die sind ja komplett lost. Schaut euch das an. Kann es sein, dass er mit dem Bogen zuschlägt? Er kann mit dem Bogen zuschlagen. Gebt euch das. Ha! Er versucht mit dem Bogen zuzuschlagen. Wie dumm bist du denn, Junge? Du bist ja ein richtiger Holzkopf. Also, ich muss sagen, die Gegner hier sind aktuell echt easy. Einfach dadurch, dass sie alle den Bogen nicht benutzen können. Was haben wir hier? Komm, bitte einen Bogen, bitte einen Bogen. Ja, Doppelschussbogen. Let's go. So, weg damit. Okay, die Ebene wird halt auch wieder easy. Die können halt eh nichts machen, außer auf mich schießen. Aber ich denke, das ist okay. So. Entspannt. Also, die letzten Ebenen hier sind wirklich ein bisschen zu einfach, wenn ihr mich fragt. Gerade mit Angriffsbuff ist das noch relativ problemlos hier alles. Das Schwerste, was jetzt noch passieren kann, ist der Leune, soweit ich weiß. Okay, jetzt haben wir die Ebene noch. Oh mein Gott. Das ist halt auch nicht schwer. Kommt schon. Die haben einen Lichtbogen. Was wollen die bitte tun? Warte, man kann das dodgen? Hallo, stirbt doch mal. Danke. Komm, knall einmal dagegen. What? Okay, nehmen wir das Waldschwert raus. Zack, zack, zack. Stirb. So. Und weg mit dir. Ging klar, ging klar. Aber ich glaube, die nächste Ebene könnte die schlimmste werden, wenn ihr mich fragt. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob da ein Leune kommt oder nicht. Es ist kein Leune, oder? Ist es einfach nur ein Wächter? Oder kommt nur ein Nanowächter? Denn es ist ja total einfach, oder? Der kann mich doch eh nicht treffen. Was willst du tun, Junge? Was willst du tun? Komm her. Jit. Oh mein Gott, warum mache ich so wenig Schaden? Ich mache dem Kollegen ja gar keinen Schaden. Ja, das war es damit. Das war es damit. Oh mein Gott, ich kriege den noch niemals tot. Ich mache doch gar keinen Schaden. Ich will den irgendwie tot bekommen, aber ich mache so wenig Schaden. Und ich habe sogar schon Angriffspuff. Wie viel Leben die einfach haben, ey. Diese blöden Nanowächter. Also einen Schuss hätten wir, glaube ich, mit dem Lichtbogen. Wisst ihr was? Ich glaube, ich mache das so. Ich friere den ein. Schieße den ins Auge. Der lebt einfach immer noch. Okay. Ich mache halt so wenig Schaden. Junge. Wie verhältst du bitte aus? Als ob das kein Hit war. Komm, jetzt stirb bitte. Komm, stirb, 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 Ja. Meine Güte. War das anstrengend. War es das jetzt schon? War das schon das Ende? Das war es schon. What? Das war es schon. Okay, ich muss ehrlich sagen, das habe ich mir doch ein bisschen schwieriger vorgestellt. Falls ihr diese Challenge auch in der letzten und schwersten Schwertprüfung sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare.